Sky-Ticket auf dem Fire TV Stick. Endlich ist es relativ einfach möglich, wie das genau funktioniert und alle Infos dazu jetzt in diesem Video. Und ich würde mal sagen, los geht's! Ja Leute, eine schöne Nachricht. Vor einem Monat war es noch so, dass es mega kompliziert war, Sky-Ticket auf dem Fire TV Stick zu gucken. Mich hat es sehr aufgeregt. Für mich war es eigentlich oft auch ein Ausschlusskriterium überhaupt für Sky, weil ich das eigentlich einfach ganz einfach und komfortabel auf meinem Fire TV Stick nutzen möchte, wenn ich schon dafür teures Geld ausgebe. Jetzt ist es aber so, dass Sky und Amazon enger miteinander zusammenarbeiten wollen und deswegen gibt es ab jetzt für die meisten Fire TV Stick Geräte auf jeden Fall eine Sky-Ticket-App. Mit dabei sind der Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick zweite und dritte Generation und Fire TV Stick 4K. Für die Leute, die jetzt nicht so im Sky-Ticket-Ding drin sind, hier gibt es so verschiedene Pakete, zum Beispiel Sky Entertainment, Sky Cinema. Und dann kann man sich quasi so seinen Content ein bisschen zusammensetzen. Es ist halt wesentlich komplizierter als Netflix, Disney Plus oder Prime Video. Deswegen eh schon immer so ein bisschen schwierig, wie ich finde. Aber gerade für Serienfans bietet Sky-Ticket schon richtig, richtig viele gute Sachen, weil halt die meisten HBO-Serien halt auf Sky landen. Deswegen lohnt es sich schon ab und zu mal so ein Sky-Ticket für einen Monat oder zwei Monate zu abonnieren. Und jetzt mit der App auf dem Fire TV Stick ist das Ganze dann auch recht komfortabel. Ich habe das Ganze mal installiert. Ich habe mal reingeguckt. Im Grunde hat man hier wirklich eine recht übersichtliche App mit verschiedenen Kategorien. Sieht gut aus. Ich würde mal sogar sagen, es ist ein bisschen cleaner als jetzt zum Beispiel Netflix. Netflix ist ja immer ein bisschen gewachsen und ich finde das teilweise ein bisschen unübersichtlich. Das ist nicht schlecht an der App. Was ich allerdings ein bisschen schwierig finde, ist, dass nicht klar gekennzeichnet ist, welcher Content jetzt zu welchem Paket gehört. Das heißt, wenn du hier zum Beispiel einfach nur Sky Entertain hast, weil du einfach nur Serien gucken möchtest, werden dir aber trotzdem auch andere Sachen angezeigt. Zum Beispiel Filme und Sport und ich finde, man merkt halt, Sky versucht natürlich auch so ein bisschen Cross-Setting zu betreiben, dass halt auch die anderen Pakete vielleicht mitgebucht werden. Ich finde es aber immer ein bisschen ätzend. Im Grunde aber auf jeden Fall ein richtig schöner Schritt in die richtige Richtung. Für mich auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, okay, jetzt überlege ich mir doch nochmal für ein Sky-Ticket zu holen. Wenn ihr auch interessiert seid an Sky-Ticket, dann geht mal hier aufs i. Wir haben nämlich ab und zu richtig geile Deals mit Sky zusammen, Bonus-Deals, wo ihr auch nochmal richtig Cashback abgreifen könnt. Nicht immer, aber immer öfter. Zurzeit haben wir auf jeden Fall hier ein Sky-Sport-Ticket-Deal. Aber wenn es da was Neues gibt, werde ich auch schauen, dass ich das mal aktualisiere. Seid ihr auch froh, dass das Ganze jetzt mal als FireTV-Stick-App verfügbar ist? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, wenn ihr selber nochmal Vorschläge habt an Themen. Zum Beispiel, das hier war eigentlich auch ein Themenvorschlag, als es noch ein bisschen komplizierter war mit dem Sky-Ticket. Aber schreibt sowas gerne einfach in die Kommentare rein. Das ist für mich einfach ein wichtiger Hinweis, was ich als nächstes an FireTV-Stick-Content bringe. Deswegen gerne mal reinschreiben. Bitte lasst gerne einen Daumen, wenn euch das Ganze geholfen hat. Und folgt uns natürlich für weitere FireTV-Stick-Super-Inhalte. Und schaut gerne mal hier in diese Playlist rein, die wächst und wächst und wächst. Das sind nämlich die ganzen FireTV-Stick-Tipps drin. Und davon gibt es mittlerweile schon ziemlich viele. Und da könnt ihr auf jeden Fall schon lernen, wie ihr am besten das meiste aus eurem FireTV-Stick rausholt. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns und tschau's.